What up! Crazy Party People, hier ist Alex Action von Computer Tilt, dem Expertenmagazin mit Zweck für Power Gamer und Pro User. Heute kümmern wir uns in den neuen Intel Hexa-Core oder wie ich ihn nenne, Intel Sexy-Core. Denn er hat ganz schön viel sexy Technologien. Das ist das gute Stück. Schauen wir uns mal genauer an. Hier, der Heatspreader. Man sieht es schon. Flach, aerodynamisch designt. Das heißt, das ist die schnellste Mitte im Windkanal. Das bringt Maximum Performance nicht nur für Racing Games. Dann die Platine, das PCB. Man könnte denken, es ist einfach nur Green. Aber es ist eine Speziallackierung, Cyber Green. Die blockiert 90% aller Gamma-Strahlen an der Supernova. Und von diesen Biestern sind wir ja praktisch um Single. Die Rückseite. Man sieht es schon. Goldkontakte, Nanopartikel, NASA-Technologie. Hier können die Overclocker am allerschnellsten die Performance in die CPU bringen. Und das allergeilste, was ich noch nicht gesagt habe. Diese CPU ist kompatibel zu allen RGB-LEDs auf dem Markt. Und wenn das nicht krass ist und wenn das nicht sexy ist, dann bin ich nicht Alex Action. Jetzt kommt die Werbung Over and Out. Tja Alex, da hättest du die aktuelle Ausgabe der PCGH lesen sollen, denn dann würdest du nicht so einen Käse erzählen. Wir haben nämlich auf 24 Seiten die neueste Intel Core-Generation getestet und analysiert. Dazu gab es dann auch ein paar Tuning-Tipps von Stefan zum Beispiel. Und außerdem haben wir die neue 3D-Flash-SSD-Technologie getestet, haben uns mit G-Sync und FreeSync auseinandergesetzt, damit das Bild beim Spielen immer flüssig bleibt. Und zu guter Letzt natürlich noch Vega 64 Luft gegen Wasser. Was ist besser, was hat die bessere Leistungsaufnahme, Lautheit, Overclocking und so weiter. Und für unsere DVD-Käufer haben wir zwei super Strategiespiele mit reingepackt. Grand Ages Medieval und Sudden Strike 3. Ab jetzt am Kiosk und digital erhältlich. Verstehe ich nicht.